Wir haben Nikolai, wir bringen ihn in ein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700, Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Raketewahnflug, festhalten! Ist alles noch dran? Los, hoch! Los jetzt, wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind. Gibt es Verluste? Paulson und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße! Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg. Bravo 6, Baseplate hier. AC-130, Luftunterstützung ist unterwegs. Es dauert aber eine Weile, bis Sie in Angriffsposition sind. Verstanden. Bravo 6, Ende. Eine AC-130, was? Hab lang nicht mehr damit gearbeitet. Sir, da kommen Fahrzeuge aus dem Norden. Unter die Brücke da, Bewegung! Alles klar, gehen wir. Alles klar, gehen wir. Achtung, wir haben Gesellschaft. Bereich gesichert. Alles klar, weiter jetzt. Wir werden. Der Heli entfernt sich. Los jetzt. Kontakt auf 6 Uhr. Feuer erwidern. Ich bin dabei. Die Tür ist offen, Sir. Rein ins Haus, los, los! So, vorgehen und nach einem Ausgang suchen. So. 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 wir haben sich vielleicht neu versuchten uns weiter vorne den weg abzuschneiden so Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020